Hab's im Bad gesehen? Hallo, mein Liebling! Hallo, Schatz! Mh, das ist dir ja mal wieder perfekt gelungen. Tja, mit dem neuen Ofen geht's eben noch besser. Hallo, Vater! Hallo, Mutter! Mutter, ich habe das entscheidende Tor im Finale geschossen. Der ist für dich. Gut gemacht, Champ! Das Preisgeld spenden wir natürlich. Den habe ich für dich gewonnen. Vielen Dank! Darf ich jetzt ruck gehen und meine Hausaufgaben machen? Die Hausaufgaben müssen warten. Setz dich bitte. Mutter, du hast dich wirklich wieder selbst übertroffen. Hallo, Vater! Hallo, Mutter! Hallo, Mutter! Hier, mein Zeugnis. Alles eins. Und ich bin zum beliebtesten Mädchen in der Schule gewählt worden. Ganz die Mutter! Ja, besser! Oh, 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 oh! Für Familien, die nicht perfekt sein wollen. Weißt du, das ist was Besonderes mit uns beiden. Jetzt komm endlich! Ich glaube, wir sind seelenverwandt. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum er sich nicht endlich von seiner Frau scheiden lässt. Gibst du mich? Du musst mir helfen. Ich werde es nicht behalten. Was denn? Ein Mädchen. Ein Kind ist doch was Feines. Schau dir mein's an. So viel Glück. Bist du so? Der ist schön geworden, Lember. Hey, ein bisschen mehr Begeisterung, bitte. Das ist wahr. Könntest du Kürschen? Das ist ja noch ein bisschen mehr Begeisterung. Das ist ja noch ein bisschen mehr Begeisterung. rum. Komm, hier help me help. Na ja, das brauchen wir noch die ganze Nacht. Komm mit, ich zeig dir, dass ich fahren kann. Und? Geht's doch. Ey man, ich schaff das. Kriegst du deinen Mofa bis Mittag hin oder nicht? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020